Hier bei Batman Arkham Knight Und ich hab bei Gronkh vor kurzem geguckt Und wir haben Sachen vergessen Also Riddler Trophäen Und die werden wir uns jetzt nochmal schnell holen Die haben wir mitgenommen Ja, aber es gibt noch mehrere Und zwar, warte Dahinter ist eine Dann machen wir nochmal das Schieben das Schiff nach da So, dann abbrechen So, okay, jetzt Öffnen Dann haben wir die erste Riddler Trophy Nehmen Zurück Und schon mal den Für das Nachher schon mal wieder zurückschieben So, okay Abbrechen Hoch Da ist noch eine nämlich Ähm Nein Das Stunz-Hacking-Gerät Okay Hacken Äh Ich hab bloß vergessen Wie die komischen Dinger da standen Naja, dann machen wir erst Hier vibriert's immer Grad Grad Gravitation Nee Nein Ich find's nicht Jetzt ganz langsam mal Gibt's doch gar nicht Gibt's noch was anderes Gibt's noch was anderes Gibt nur Grat Hä Ich find's nicht Nein, der war's Gradient Achso Äh Lenken Wie es aussieht Hui Hui Kennt ihr? Jetzt wird's schräg Diese komische Sendung da Wo die immer in dieses komische Ding da einsteigen müssen So ist es hier irgendwie Scheiße, hier kommen wir nicht mehr zurück, oder? Kacke Müsst'n da hoch Na, dann müssen wir So, dann können wir dann nämlich wieder hoch Kacke Klettern Hallo Ähm, hier hatten wir schon, okay Ähm Irgendwo war hier doch mal einer Ich kann mich noch ungefähr dran erinnern Ach so, hier oben stimmt, hier oben Äh, hier nämlich Äh Das Tager Okay Ich hoffe, das geht jetzt schneller Reiiiii Nein, zurück Reibung Reibung Dann nehmen wir die auch noch mit Weil dann haben wir ja alle Äh, nein, nicht da lang Da lang Nein, runter So Hier runter Nein Äh Jetzt wieder hier lang Oh, lauf Uh Okay, dann war's da unten Die Soldaten haben Stag Und so wie er aussieht, hält er nicht mehr lange durch Das haben wir schon mal uns angehört In der letzten Folge Wo sind die Dateien? Ich verrate es nicht Soll wir dir deine Finger abschneiden? Und mir aus Fang mir mit den Fingern Warte, ich hatte gerade irgendeine Idee Naja Naja, dann wollen wir ihn mal retten Wir werden sie finden, klar Batman Batman Soll ihr jetzt so Scheiße Fettklubs Das war knapp Ich weiß noch, dass es bei Zum Glück weiß ich noch, wie man ausweicht Das ist gar nicht so schlecht Das habe ich nämlich eigentlich schon wieder vergessen Nein Kacke Ich habe ich nicht gesehen Alter Zwei Schlägen kann ich immer nicht ausweichen Alter, das gibt es doch gar nicht Ich trete, Alter Ach, halten Ich halte aber okay Äh Ja gut Scheiße Du solltest besser aufpassen, Betsy Da drin sind zwei von uns Ja gut Wenn das passiert, ne Siehst du, jetzt brauchen wir Nightwing und jetzt ist er nicht da Äh Typisch deutsch Oh, Mann, ey Wer ist, hey Ja, ist doch okay Muss ich jetzt hier hoch? Ne, ich muss hier runter Na, jetzt geht doch mal Ich hasse das immer, der macht dann immer seinen komischen Boah Er mit seinem dummen Stufenanstieg Ist doch okay Äh Oh, was können wir hier? Messer Jetzt können wir den noch ausweichen Ist okay Nehmen wir Na, warte, wie viel haben wir jetzt noch übrig? Ich habe gerade nicht nachgeguckt Wir haben noch vier übrig Das hat sogar nur eingekostet Ähm Okay Dann machen wir Nein Gibt es noch irgendwas? Rain-Technologie Nee Ausrissung Wo konnte man das denn jetzt nochmal mit den, äh Fünf ausschalten Na, dieses Multi ausschalten Wo ging das denn? Hier Scheiße, dafür braucht man acht Na ja, wir machen was Halt beim Kampf irgendwas Fünf Leute Nein Äh Waffen Was ist das? Sieht cool aus Nehmen wir auch Oh, okay Dann gehen wir jetzt zurück Ähm Ach, komm schon Und das muss ich ja auch hier sind Nein Andere Richtung Nein Nicht alles nochmal, oder? Bitte sagt Ich muss die Kottler tropfen nochmal holen Nein Oh Danke Ähm Oh, dann jetzt lauus Dann hier hoch Oh Dann sind wir hier Ja Ja, das wissen wir schon Ich muss ihn retten Ich verrate es nicht So wie dir deine Finger abschneiden Von mir aus Scheiße Haben wir da drüben? Bitte Wir werden sie finden Karten Leuuuut Unsere Leute nehmen den Laden auseinander Je länger es dauert Bist du mehr, wenn's wehtun Du hast die Wahl Er kriegt sie nicht Wieso kann ich ihn denn nicht greifen? Sie gehören uns Bald gehören sie Scarecrow Und du willst uns sein Na, warte Direkt kommt er da an Nein Dich hab ich nicht gesehen Das ist so dumm Die haben rote Anzüge Und dann kommen so ein rotes Ding über den Ey Ich geh mir mit seinem Knüppel da ins über Jetzt läuft's aber deutlich besser Sag dir er und starb Noch Komm schon Ja Schön Noch Lief hundertmal einfacher Ich weiß nicht woran es eben lag Aber irgendwas Gott sei Dank, du bist hier Ja Schön nicht zu sehen, ey Vielen Dank Die hätten mich umgebracht Wieso? Was haben sie getan? Lief's Diese Tiere stürmten rein und feuerten drauf los Sie haben diese Zylinder eingesammelt Nimbus-Generatoren Eine absolut saubere Energiezellentechnologie, die wir entwickelten Wo ist Scarecrow? Er ist auf dem zweiten Luftschiff Hatte er jemanden bei sich? Sie meinen Barbara Gordon Wir wissen doch beide, dass sie schon tot ist, oder? Nein Wenn dann nur du Und ich weiß schon, was passiert Ich kann jetzt schon mal sagen, dieses Spiel ist so krank Ey, es gibt tausend Schreckmomente Und guckt euch diese Scheiße jetzt an Hier Pass auf Wir stehen alle wieder Und sie werden zu Joker Wir müssen gegen den Virus ankämpfen Nein Verpiss dich Was müssen wir drücken? Beut Beeren 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 Aber wir gehen Schön Hau drauf Ziel gesichert Wir bringen ihn zur Aktion Scheiße Die hätten uns doch erschießen können Warum tun sie das? Dann hätte ihn ja auch keiner mehr retten können Was können wir da machen? Danger Und was hacken? Nein Da ist aber was hacken Dann wollen wir mal, oder? Hallo? Jetzt Okay Es scheint ein ziemlich langes Wort zu sein Und hier ist irgendwas Das Nuklein Säure Säure doch Säuren Hä? Ist doch Danke Ja gut Da drüge sind geschützter Können wir die Warte Nein Warte Wie ging das ja so? Ja so Okay Ähm Cyber von Nein Explosivkehle Nein Geht das damit? Anscheinend nicht Gut Äh Nein Jedes Mal komme ich auf den Okay Jetzt hier aber Ferngesteuerte Bedring Der schießt ja wahrscheinlich gleich kaputt Ja gut Na boah Immer will ich oben drücken Na boah Oh jetzt Ja gut Irgendwie kommt der nicht an Naja Oh was ist das hier? Nichts Hä? Die Zugangspunkte wurden dafür programmiert Nur Stax Stimme zu erkennen Ja das ist ja gut Noch hier Tür verschlossen Okay Hier können wir uns irgendwo festhaken Und zack Okay Wo müssen wir jetzt Lachen Was ist das? Ja gut Was bringt es einem noch? Äh Können wir denn jetzt hier machen? Okay Ich habe zum Beispiel Begrunden geschaut Aber ich habe es vergessen Ähm Obwohl es erst gestern war Naja Äh Guck mal dann jetzt hier durch Irgendwas Nein Irgendwas So Nein Nicht Seilwerfer Äh Zum Hacken Hier drin irgendwas Nein 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 Wirklich nicht Da Luke Okay Was ist das da? Ja Ah sieh doch mal ein an Ich hab gespürt Wie du die Kontrolle verloren hast Doch ein Hauchen mehr von dem vorzüglichen Angstgas und es ist alles aus für dich Was ist das hier? Können wir da irgendwie runter? Ähm Gutes Abschlusswort Aber es geht ja eh weiter in der Folge Ähm Kommen wir denn jetzt hier runter? Ich weiß nur Achso Guck doch mal Der Steig wurde zur Scarecrow aufs zweite Luftschiff gebracht Ich hab den Plan analysiert Und anscheinend wird es euch automatische Geschütze gesichert Es gibt ein Sicherheitsterminal im Forschungslabor nahe des Hex dieses Luftschiffes Die Geschütze sollten sie von dort aus deaktivieren lassen Äh Oh Eben schön Cola getrunken ey Warte von wo? Von da oben Ja gut Aber es scheint es wir müssen hier durch Okay Äh Geht so lang? Ja da geht's lang Okay Ähm Hast du geglaubt du hättest mich bei Ace Chemicals aufgehalten? Ja Du hast nur das unausweichliche hinausgezögert Gotham gehört mir Und ich mache damit was ich will Das gilt auch für deine Freunde Arme kleine Barbara Gordon Schließ deine Augen Siehst du wie sie in der Dunkelheit kauert Und den Helden verflucht der sie umsteht Sie ist dein Schwachpunkt Deine Besessenheit zu ihr Zieh dich immer weiter in den Abgrund Ich? Ich hätte sie direkt töten lassen können Es wäre grausam Statistisch brutal Ich muss kurz unterbrechen Ich brauch das Exklusiv Aber ich habe andere Pläne für euch beide Ich hätte hier nichts Hier ist rein gar nichts Ich meine Rittler Trophäe oder so Okay Ähm Ich glaube Warte Jetzt wechseln wir mal Bevor ich das Luftschiff zur Seite Ich hatte vor dem Container weggeimpft Vor ich Jetzt oder wie Ach jetzt urplötzlich Nein Okay Okay Bist du bei was Ja gut Ich frage einfach nicht Äh Äh Hä Was bringt Ändernes Komm Äh Spar dir den Atem Äh Nein Nein Ich sollte von den Containern wegtreten Bevor ich das Luftschiff zur Seite neige Ich sollte von den Containern wegtreten Bevor ich das Luftschiff zur Seite neige Ich sollte von den Containern von den Containern wegtreten bevor ich das Luftschiff zur Seite neige Ach so geht's Der neige doch Hallo Achso ich kann nur so Ja gut Ähm Ich frage mich ob das so sinnvoll war Der kommt wieder Aber alleine Ja gut Das bringt aber jetzt aber auch nicht viel ne Kann man da raufklettern Ne Das höre ich nicht Ach so Ich verstehe Lauf Lauf doch Ich kann ihn nicht Jetzt kann ich Ach so Der muss da hinten stecken bleiben Okay Aber Eben Da muss der hin Okay ich verstehe Dann mach mal Hier Kann ich nämlich so machen Fährt der nach hinten Dann kann ich nämlich Dann kann ich nämlich Dich hier aktivieren Dann kann ich Okay Meine Fresse ist anstrengend Ähm Ähm Wenn ich mal Hier hin Dann abbrechen Dann kann ich jetzt hier lang Nein natürlich nicht Ähm Ja gut Äh So dann musst du jetzt nochmal da stehen bleiben Dann muss ich jetzt Dich nach rechts neigen Wieder zurück Dann da durch So und jetzt haben wir Das nächste Problem Okay So das geht Dann Nein Neige mal nach links Dann hier vorbei Dann jetzt hier durch Gitter verlassen Ah Geht doch Gut Haben wir es auch hinter uns Ähm Irgendwas vom Riddler hier Nebenbei mal so Okay Draht Wahrscheinlich brauche ich erst das hier drüben Nein Kohle Kohlen Nein Kohlen Hydrate Da war irgendwas mit Haar Da Nee Mann Kohle Nein da war irgendwas Alter legt mich doch Kohlen Kohlen Da ist nichts Ich find da nichts Kohlen Nein Nein da war was Nein da Komm schon Wo Danke Kohlenhydrat Hat aber auch gedauert Ähm Wie es mir scheint Müssen wir hier vorbei Doch nicht Das ist komische Ding Lässt sich bewegen Äh Ja was bringt es uns jetzt Das wir die Tür hier öffnet haben Nicht Ist schlecht Ähm Da Ne haben wir ja schon Hä Achso Ähm Was da unten passiert ist Ich wollte nicht dich umbringen Sondern dein Verstand Also Sind wir noch Freunde Ja Freunde fürs Leben Ich bin eh unschuldig An allem ist nur Scarecrow schuld Mit seiner patentierten Joker Betreuungsmixture Naja Ich versuch was wert da reinzukommen also durch die Tüler Sex wie es aussieht haben wir hier wieder Freundschaft und hier gibt es auch wieder irgendwas Das ist vom Riddler und wäre die Frage ja nicht aufgetaucht Ja Ihr habt einen blinden Fassagier Findet ich Unmöglich Wird man es nicht so dumm hier hochzukommen Wir sind auf einem verdammten Luftschiff Wenn er hierher kommt ist er tot Ne Ja Ich sei du bist nicht zu vergleichen Ich muss den Soldaten anvisieren der die Drohne steuert Welche denn? Ach der Ich muss näher ran Ach willst mich verarschen Eine Festplatte Gute Arbeit Stellt den Laden auf den Kopf Wenn Mr. Stag glaubt er könne seine Daten geheimnis Ich habe die Codes Ich kann die Drohne oder ihre Ziele anvisieren um sie gegen sie zu wenden Leder Maus Dafür ist die Drohne da Psch Du gehst nirgendswo nachgucken Da ist die Konsole Ich muss erst alle Gegner ausschalten bevor ich sie benutzen kann Er ist da drüben Komm schon Schnauze Scheiße das ist ein Sanitäter schnell Let's mach doch Achso ich hab den schon ausgeschaltet Hä Ich muss mich voll sagen Er ist hier lang Doch ich kann kommen hier Wo wissen wir jetzt? Mal schlossen auch schatten Jetzt mach doch K.O. Schlag Meine Fresse Ich hab dreieck gedrückt Und ne jetzt Das sie immer sofort aus dem Weg Kann ich über die Konsole die Verteidigung des Luftschiffs deaktivieren Ja klar Die Bedienung des Waffensystems ist durch einen Fingerabdruckscanner gesichert der auf Stag eingestellt ist Ohne saubere Abdrücke komme ich nicht rein Vielleicht haben die Überwachungskameras was aufgezeichnet Ich sollte die Aufnahmen daraufhin prüfen ob Stag während der Entführung irgendeine Oberfläche berührt hat Dann könnte ich die Abdrücke vielleicht rekonstruieren Hey da ist doch Stag oder? Stag muss dort auf dem Boden einen Handabdruck hinterlassen haben Ich sollte weitere Stellen suchen die er berührt hat Dann finde ich vielleicht alle Abdrücke Warte Wenn er vorher am Tisch saß muss er Nein Das bringt nichts Auf diese Aufnahme berührt Stag keinen Gegenstand Ist okay Oh dann wird er da runtergerissen Okay Nein Ist okay Es müssen Augenblicke sein in denen Stags Hand flach aufliegt Ja Na Also jetzt Okay Na Ja rüber switchen das hilft mir nicht weiter ob stack irgendwas angefasst hat hier steht das weiter das ist mir keine hilfe ja du bist mir auch keine hilfe eine oberfläche im raum berührt ja da stark hat hier den boden berührt nachdem er die treppe runter fiel ich sollte nach weiteren abdrücken suchen du solltest du solltest du solltest zurück wo fällt er jetzt runter da okay um auf großbild dann ist er da er berührte das geländer um das gleichgewicht zu halten um den vollen satz zu rekonstruieren brauche ich mehr abdrücke oder ist er jetzt da unten gleich oder steck hat einen handabdruck nahe des ausgangs hinterlassen ich weiß wo steck seine abdrücke hinterlassen hat ich muss die stellen nur scannen ja ich bin ich bin